Fragments of Him Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu einem neuen Let's Test Fragments of Him, wie ihr es schon vor dem Intro, ich kann heute nicht reden, ey, das ist, ach ne, hm Okay, wir starten jetzt einfach direkt rein, bevor ich hier noch mehr scheiße laut, aber Und ja, you can post the game by pressing escape E, S, C Okay Fragments of Him Wir gucken mal, Optionen, Gameplay Schreibtitel, das ist schon mal gut Audio, ähm, haben wir mal die weichen ein bisschen Okay, Grafik, äh, Säute, okay, ist mich... Oh, herr, f*** Okay, jetzt helft ich Pollution, very, very long Hi Okay Back Start a new game Hold shift to walk faster Okay, äh Nach vorne, oh, oh, oh Oh, okay 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 Alles klar Wir machen die Tür auf Okay Gehen da durch Bin ich das jetzt, oder ist das ein Geist? Hm Hm Komisch Laufen wir jetzt ja mal durch Oh, nein Hold shift to walk faster Ja Also FPS von 2 4 5 90 Können wir Oben links sieht die ganz klein Ich bin immer noch besser geltet Okay I love you, have a good day Bye, Harry, see you tonight Say nothing I love you Have a good day It's easy to forget to appreciate the small things I think I've done that too much Warum denkst du darüber zu viel nach? Ich muss jetzt Zeit nehmen, um zu schauen, was hier neben mir ist Nein, schau mal vor dich Und schau mal, was richtig ist Schnee die Kamera Okay... Uhmm... Das ist nicht wirklich ne Ahnung was ich hier machen soll. Ich muss schon mal nicht hoch. Ich müsste Theorie durchstehen... Ah... Eih... Ich muss rausgehen, dass ich die kleinen Schmerzen in deinem Leben ignorieren. Ich glaube nur, ich trage mich nur an, wenn etwas falsch ist. Und nicht, als es richtig ist. Ha. Okay. Machen wir jetzt zu. Achso, ich drück E. Ich bin schon ein bisschen kleiner Retard. Someone invented this. I know consciously that there was a time when this technology didn't exist. It's just so hard to see beyond the present. I'm going to change things. Was wenn ich laufen will? Ha? Was wenn ich so ein Auto schlagen will? Was denn nicht geht? Gehen wir mal zu unserem rot beleuchteten Auto, würde ich mal meinen. Oh, kann ich jetzt fahren? Voll geil. You can also move forward by holding down the left mouse button. Dein Hans. Direkt mal testen. Hi. Du hast keine Augen wie viel zu Auto fahren. Du hast keine Augen. Du kannst gar nicht gucken. Ich glaube, da hat sich in die Hose gekackert. Ja, benutzt es ohne Hände. Oh mein Gott. Zicke sehen. Other Patterns, they're just Habits with no meaning. What the fuck? 9.04 Uhr, 18.00 Uhr, kommt fast hin. Minus 9 Stunden, äh, jetzt. Wow, die haben Bremse. Ich fahre ohne Augen, ich fahre ohne Augen. Bin ich nicht fresh? Wir fahren ohne Augen, wir fahren ohne Augen, wir fahren ohne Augen. Hey, du, hey, Schnucki. Ich fahre ohne Augen, wir haben keine Augen. Hey, du, 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 hey, du Ich lasse mich selbst auf den Weg, was ich will, um alles zu tun zu tun. Ich kann nicht so denken, wie oft wir dort chattet, über die Nacht zu sprechen. Wir haben einen grünen Fahrer, es wird nicht grüner. Wir müssen zusammen in den Park gehen. Wir sollten mehr davon machen. Ich bin glücklich mit ihm. Ich muss sicher sein, dass er das kennt. Niemals. Hi. Wir haben einen Rucksack auf dem Rücken. Ich glaube, wir sind tot. Stehen wir tot? Wir sind tot. Wer ist stark und läuft zwischen ein paar Kanoko? Du smutzige Schlawiner. Sind das wir, oder sind wir schwul? Kann ich wirklich bewegen, wenn ich da vorne drücke? Wie? Oh, wir haben immer noch keine Augen. Ich fühle mich schwarz. Wir müssen wieder anfangen. Der gleiche Alarmton, den Harry kann durch. Das ist das, was ich erwähnt habe oder wollte. Ein Tag nach dem anderen. Zusammen, aber nicht bewusst. Ja, oder? So etwas wie das. Ich fühle mich, als habe ich das Bild noch nie gesehen. Ich liebe es so viel, als wenn ich es erst sah. Okay. Das T-Shirt ist Harrys Favorit auf mir. Ah, das ist mal ein T-Shirt. Was haben wir für Bücher? Das haben wir für Bücher. Sie sind brillant, aber vielleicht sollte ich eine neue Geschichte haben. Geile Geschichte. Bist du beharrt? Ich bin dankbar für alles, was wir haben. Aber wahrscheinlich nicht so viel, wie ich es sollte. Es wäre leicht, zu denken, dass ich nicht glücklich war. Ich bin, glaube ich. Ich muss nicht aufzudenken lassen. Wir sind... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was wir... Was sind wir überhaupt? Ich habe gerade ein Nachricht bekommen. Ich habe gerade ein Nachricht bekommen. Bin ich jetzt... Ich selbst bin ich... Bin ich der Typ? Ich bin... Ich bin unsichtbar. Wir gehen jetzt erstmal in die Dusche. Wir sind nagig. Wir sind nagig. Wir sind nagig. Jetzt? Jetzt? Es scheint so einfach. Ich weiß, dass das die reale Sache ist. Wenn ich über Sarah denke... Ich liebe sie. Ich liebe sie. Aber es ist nicht so, wie ich mich über Harry fühle. Ich bin eher aufgewachsen. Dann sollten wir aufhören. Was... Warum... Warum stehe ich draußen? Ich verstehe es nicht. Das macht mein Kopf überhaupt nicht mehr um Videozeit. Ich bin übel zäglich. Was ist der Punkt? Was ist der Punkt, dass die Kanzlerin des Schraens verändert wird? Okay. Ist das jetzt meine Freundin oder ist das mein nächster Gedanke? Ich versuchte, mich zufrieden zu sehen, aber ich habe nicht zufrieden. Ich bin nicht sicher, dass ich den Weg erinnere. Paul ist meine Mutter. Er ließ Will. Mein biologischer Vater wahrscheinlich nicht. Schaut mich an alle meine Dinge in dem Auto. Ich wusste nie, dass ich so viele Dinge hatte. Mal Bann hier oben versuchen. Geht nicht, schade. Was muss ich jetzt machen? Wo wohnen wir? Wir wohnen da oben. Glaub ich. Bin ich geil von hinten? Scheiße. Ich denke, die Mutter oder Paul haben die Kanzler von irgendwoher gebraucht. Weird, aber ich erinnere mich nicht, wie wir sie jetzt bekommen haben. Ich gehe zuerst. Jetzt. Jetzt. Feucht? Wer werde ich jetzt nippelhaft? Oh. Wir haben keine Ahnung. Das ist schon dezent creepy, ne? Ich meine wir sind Sommersprossen. Vielleicht noch ein Red-Head. Und wir haben keine Ahnung. Wir sind quasi ein Daywalker ohne Augen. Wir sind quasi ein Daywalker ohne Augen. Und wir haben die erste Mal in 18 Jahren. Das ist... Vielleicht war es ein schrecklicher Tag für sie als für mich. Ich liebe dich. Okay, und jetzt? Penetrieren wir uns jetzt? Oh. Dead-Head. Und das ist halt. Okay. Iiiihihi, bist du hässlich? Bist du hässlich? Bist du hässlich? Du bist auch hässlich? Scheiße, ich hab keine Ahnung, was ich zu dem Spiel sagen soll. Ich weiß nicht, also... Wir... Wir spielen ja die Gedanken von Menschen. Ich hab jetzt richtig verstanden. Was ich jetzt weiß. Mein Rücken hatte eine sehr dünne Nylon-Karpette und die günstige Masse, die die Universität finden konnte, ich denke. Und ich warte gar nicht. Es war mein eigenes Raum. Okay. Also... Ich weiß nicht, wie... ... auf Fragments auf Höhren... ... OFF FILM... Fragments auf Höhren... ... also von IHN... ... aber w-w-wieso spiele ich jetzt... ... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w... Ob ich das vielleicht verstehe oder sowas, aber... Mhm... Ohne Witz. Ich traf's nicht. Es ist auf jeden Fall was übelst anderes und ich versteh's nicht. Ich kann... Ich weiß nicht... Ich kann da nicht wirklich viel sagen. Achso, das ist... Es ist halt... Was soll ich... Was soll ich dazu sagen? Weil es... Es gibt da jetzt nicht wirklich... Ich hab... Ich hab... Ich weiß nicht... Mein Gameplay ist doch jetzt halt irgendjemanden, den du drückst hast... Und da passiert was... Ich hab's nicht mehr als Geist, der helfe oder ich sie bin... Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt als Geist, der helfe oder ich sie bin... Ich bin... Ne... Ich... Ich... Ich raus... Ne... Spiele ich jetzt hier... Ich... Naja... Nö... Die bewegen sich... Das ist so übelst kacke, Alter... Geht mal weg... Geht mal weg... Geht mal weg... Geht mal weg... Komm... Ich hab's nicht wirklich gedacht, dass das sexy... Hiiii... Kann ich hier vorbei... Ich liebe dich... Es ist lustig, mich zurück zu denken... Wie... Das... Jetzt... Okay... Hast du einen Nippel? Sie hat einen Nippel... Seht ihr's? Da ist eine Spitze... Genau da... Okay ist das... Ähm... Ja... Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr erstmal da wart, ja... So... Zur Bewertung kommen wir jetzt auf jeden Fall... Also Qualität... Gut... Audio... Verständlich... Kann man mitlesen... War halt... Hat Untertitel dabei... Grafik... Ja... 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 Geschichtenmäßig, ne... Ich meine, das soll eher wahrscheinlich nur... Dafür da sein... Dass man halt die Geschichte mitliest oder sowas... Also jetzt nicht wirklich zum... Übers guten Qualität oder sowas... Logisch, ne... Es gibt halt Geschichtenspiele... So... Wie so ein Nova zum Beispiel... Äh... Wie so ein Noel... Zum Beispiel... Das ist auch geil... Von Anime zum Beispiel... Aber auf jeden Fall... Ähm... Ich hatte schon mal so ein Spiel... Ich hatte schon mal so ein Spiel... Es war... Mit solchen... Weiß nicht wie es heißt... Wo die... solche... Kinder auf... Oder solche... Teenager-Gruppe... Auf so einen Strand... Äh... Strand gefangen waren... Oder... Gegangen sind... Und die da halt nicht erlaubt... Also erlaubt waren... Und die auch Geschichte war... War auch lustig... Also ich denke mal... Hm... Ja... Muss wir hier rein... Okay... Ist ja egal... Wo die Bewertung war... Äh... Also... 7 von 10 würde ich auf jeden Fall geben... Ich... Weiß nicht... Vielleicht auch 8 von... 8 von 10... Ah... Da fehlt mir ein bisschen Action... Um ehrlich zu sein... Für die 8 von 10... Und... Ja... Also ich... Ich wäre auf jeden Fall für 7 von 10... Ist auf jeden Fall dabei... Bei 7 von 10 bin ich auf jeden Fall dabei... Und... Ja... Wenn ihr... Bis... Zum... Sonntag... Spielvorschläge habt... Würde ich mich freuen... Wenn ihr mal reinsch... Schreiben könntet... Und... Ja... Dann... War's das von meiner Seite... Schreibt was in die Kommentare... Wenn's euch gefallen hat... Wenn es euch nicht gefällt... Wer auch... Na... Ich hab da unten... Muss ich mal... Dann könnte ich nämlich... Äh... Gucken... Vielleicht... Für irgendwelche Verbesserungsvorschläge... Und... Ja... Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken... Und... Wenn ihr Lust habt... Bis zum Sonntag... ...